... mit den verschiedenen Oblachlosen, die auf dem Seelen des Zoos leben, um Hinweise über die Brau-Werbel-Morde zu sammeln. Genau. Oh, im April geht das Nobel-Gartenfest wieder los. Toll, Osterei. Ich hab keinen Bock mehr auf die Feste. Mondfest und Liebe liegt in der Luft, hab ich verpasst. Ich hatte keinen Bock mehr drauf. Ich hab seit Schlotternächte keinen Bock mehr drauf wegen dem verdammten Zahnstocher. Haha, ich liebe es, ich liebe es. Das war so epic. Ich bin extra im ICT-Raid zweimal rausgegangen, um mir den dummen Dings da zu holen, aber nein, nie mal drinnen. Ach, das war wirklich bitter, ey, wenn das passiert. Und seitdem hab ich einfach keinen Bock mehr auf diese komischen Feste. Heldenaufruf Dämmerwald. Ja, ähm, bei diesem Heldenaufruf kann man immer sehen, wann man in ein neues Gebiet kann. Nimmt man den Quest davon an und dann muss man halt einfach in das Gebiet gehen, mit irgendjemandem sprechen. Kralali, man kann da questen. Ups, das ist die Feuererin. Ähm, ähm, hallo? Willkommen! Ja. Uh, Riesi scheint wieder nicht... Ja? Reiserhaftes Reiten, 500 Gold billiger. Schon. Sie sind doch einfach dämlich, ja? Gut! Oh mein Gott! Statt 4, äh, 5.000, 4.500. Super. Äh, wohin fliegen wir? Nach Seenhain oder wieder Speerkupper Seenhain, würde ich sagen? Ich muss, äh, gerne wie wir fliegen sollen, wenn der Greifenmeister weg ist. Äh, da? Ah, endlich! Wir fliegen nach Seenhain, würde ich sagen. Ja. Das ist sinnvoller. Wie viele Rüstungsmeister gibt es eigentlich im vierten Teil? Hä? Na, ich frag das ja nicht. Sechs Stück. Was? Was? Ich... Ich kann den sogar noch 17 Minuten tauschen. Äh, willst du ihm, ähm, zufällig einen coolen Hexer geben? Wenn du mir einen gibst, gerne. Hm. 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 Zweiter Boss. Nichts. Gelmeer ist die, äh, ist die Fraktion der Borgen. Äh, irgendwie droppt hier gar nichts für Caster, bis auf den ersten Boss. Oh! Beim letzten Boss. War der vorletzten? Nee, der letzten. Da droppen eins, zwei Sachen für uns. Sehr schön. Wir sind die Einzelsten, war ja klar. Ähm, ähm, wie dankbar ist Gott. Ein Zeitzrahmat hier ist im Land... Äh, Landeanflug. Yay. Wow. Wow. Wieso sagt er gar nicht Hexenmeister? No. Immer die armen Hexenmeister. Klar, wer sonst? Und Tschüss. Eber! Oh, verdammt! Wir haben hier einen Mount. Warte auf mich! Nö. So. Ich kann mich noch erinnern, äh, wo wir auf... gehört haben aufzunehmen. Da wollten wir in Rotkammgebirge hier questen. Genau. Und jetzt ist das Gebiet für Stufe 15 bis 25, glaube ich. Nee, öh. Bis 20. Ähm, die Welt kann fies sein. Na egal, der immer weit ist eh viel cooler. Da ist Parker, was willst du denn? Oh, ne. Nein, nein, ne. Oh. 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 Ich kann mir irgendwo eine Quest abgeben. Echt? Ja, ähm. Falsch, warte. Ich dachte erst im Dämmerbaum. Habe ich denn hier... hä? Ich werde schon wieder tausendmal bei Skype angeschrieben. Aber gar nicht. Blablabla. Quest ban. Inventar ist voll. Yeah. Inventar ist voll. Ich kann nicht mehr ertragen. Ich habe keinen Plan mehr. Oh. Ich habe Ruf zu den Waffen, äh, Rotkammgebirge angenommen. Gut. Und wieder mal habe ich EP. Abgezahnt. Das? Keine Ahnung, ich habe die irgendwie angenommen. Ich... In mir wurde die gar nicht angezeigt. Ich glaube, die habe ich im Westfall angenommen. Äh, ja. Ja. Ja, ganz klar. So. Ich frag mich noch immer, ob ich auf Gebrechen umscannen soll. Ich meine, jetzt habe ich Dämonologie und Zerstörung ausprobiert. Obwohl Dämonologie nicht allzu... sehr. Aber ich kapier eigentlich nicht, wie man irgendwie in Dämonologie... Blablabla. Dämonologie spielen soll. Die ganze Zeit Brain aufkacken und mit dem Pad draufhauen, vermutlich. Ja, ja. So, ich bin ein Feuermagier. Wie immer. Wo? Die Druckwelle. Oh. Die haben sich jetzt anders gepatcht. Die... Ja, die kastest du nicht mehr auf deiner Stelle und stößt damit die Gegner weg. Sondern du kannst dir ein Gebiet auswählen. So wie bei Blizzard. Und da kastest du es dann hin. Ui, geil. Geht doch. Das stimmt. Ich muss zum Lehrer wegen der Bombe. Bombe? Ja, ich hab doch Akan Explosion verfügbar. Achso, ja. Und Akan Schlag auch. What the fuck? Ah, Akan Schlag. Ah, Akan Schlag. Der hat aber... Ähm, warte. Also erstens, meine Rüstung ist kaputt. Gut zu wissen. Nee, nee, nee. Hä? Ich hab doch irgendwie andere Stiefel. So, gut. Ich kann... Ich kann... Auge von Kilrock. Yes! Lernen. Und dann... Ja, das war's. Auge von Kilrock. Darauf freu ich mich. Ja. Da beschwör ich so ein komisches grünes Ding und dann kann ich überall hinfliegen. Ziemlich sinnlos, aber cool. Lass uns doch mal eben da hingehen. Alles zum Lehrer. Da müssen wir aber wieder nach... ähm... Dingens. Okay, nein. Es weh. Genau. Mann, Mann, Mann. Verräter der Allianz, Cassiopeia. Was wir sehen? Pst. Das darf niemand wissen. Wir packen das Video... äh... Wir packen unser Spiel in die Öffentlichkeit. Wollte ich nur mal gesagt haben. Was? Wirklich? Oh mein Gott. Wo bin ich hier gelandet? Bei Verrückten. Bei Verrückten, die beim Zocken labern und so dumm sind und das öffentlich stellen. Da bist du gelandet. Okay. Ah, okay. Stell dir vor, du bist gerade einer von ihnen. Oh mein Gott. Also, das hat mich jetzt echt schockiert. Um ehrlich zu sein. Oh mein Gott. So. Flugpunkt und die andere Quest hier noch. Hast du schon alle Quests angenommen? Jo. Oh. Warte mal, du bist schon oben. Oh Gott. Wie langsam bin ich, bitte? Haha. Gewürzte Wolfkebabs, schwärzliche Krebsküchlein, Wölfe sind uns auf den Fersen, die Legende von Starwan, Walden in den Wäldern. Wölfe bla 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 bla, schwärzliche bla bla bla, gewürzte bla bla bla, Wogen in bla bla bla, die Legende von Starwan. Starwan. Keine Ahnung. Egal. Starwan. Starwan. Also, früher habe ich die immer Starwan genannt, keine Ahnung wieso. Obwohl das eigentlich falsch ist. Englisch. So, bla 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 bla, findet das Bündel der zurrissenen Briefe im Schattenheim. Okay. Oh Gott, warte auf mich, wir questen. Ähm, du bist jetzt, wo bist du denn? In die Schurme dann gekommen. Oh, okay, du bist zum Lehrer gegangen. Ja? Ich dachte, du bist jetzt rauf gegangen zu questen. So, ne, noch nicht. Okay, gut. Ich wollte aber mal eben die Bombe leeren, weil nämlich das ist echt nur von Vorteil. Sturmwehend, Ruhestein. Wir könnten eigentlich in eine Gilde gehen, dann würden wir 20% mehr AP bekommen. Kommt drauf an, welche Stufe die ist. Okay, stimmt. Ich glaube, Stufe... Jetzt die Gehen muss ich sein oder so. Und der Ruhestein hat weniger Abklingzeit. Und man hat noch andere viele, viele Bonusse. Äh, das haben sie auch mit Kataklysm eingeführt, dass, äh, die Gilde sozusagen leveln kann. Und dafür bekommt man dann Bonusse. Sowas wie zum Beispiel schneller leveln oder mehr Gerechtigkeitspunkte oder, äh, schneller laufen wenn man tot ist. Also in so ein Geist ist. Und so weiter. Ich hätte irgendwie auch meinen Ruhestein benutzen können. Mhm. Mhm. Aber wie cool das hier aussieht. Da liegen ja Äpfel am Boden. Das sind Äpfel in den Bäumen. Wow. Mein Gott, wir sind mal wieder zu vor mir die NPCs anzeigen zu lassen. Hallo, was ist denn heute los hier? Eichhörnchen, töten. Bäm. Gut. Ey. Fragezeichen. Lol. Nicht mal gerade die Frostfalle wurde mir angezeigt. Also sag ich. Schlaf des Königlichen Zauberers. Reist nach Burg Schattenfang. Hey, ich will auch. Äh, wo hast du die Quest irgendwie angenommen? Kannst du die teilen? Oder ist das... Nein. Halt die Tür. Blablabla. Verkaufen, verkaufen. Verdammt. Gut. Zurückkaufen. Nicht zurückkaufen. Was denn jetzt schon wieder los? Äh, ich hab gerade das Zeug, was ich dir eigentlich geben wollte, verkauft. Boah, ne, ne, ne. Geldgeiler Sack, du. Okay. Rote Maske der Defias. Ich wünsch dich wie ein Schurke. Hm. Arkanschlag, Arkane Geschosse, Arkane Exklusivierung. Ah, ich hab noch immer das Horoskop vom Dunkeln und Jahrmarkt. Eine blaue Antwort ist immer eine schlaue Antwort. Wow. Wow. Also ich finde das wirklich hilfreich. Irgendwie. Was soll eigentlich ne blaue Antwort sein? Ich kenn nur nen blauen Brief, aber ne blaue Antwort? Wow. Oh mein Gott. Wow. Was, was, was? Ähm. Hast du auch die Quest ein Segen für die Mächtigen bekommen? Er reist nach Burg Schattenfang und erhaltet die finstere Kugel von Lord Godfrey, das Buch der verlorenen Seelen und fünf geisterhafte Essenzen. Ähm, Dams ist deine Hexerkreis. Boah, wie genial. Beherrschung des Arkanschlag nach Burg Schattenfang und erlangt Silber 1 verzauberten Kristall von Baron Silber Dein. Fünf Bündel Mundbestrattes Holz und fünf Geister auf der Essenz. Das hab ich behalten. Das hab ich. Das hab ich. Das krieg ich. Oh. Ein grüner Stab. Ja. So, annehmen. Und... Blah. Auge vom Keroch. Yes. So. Jetzt bin ich zufrieden. Die kann eigentlich in einer startenden Sendung sein. Hm, gute Frage. Aber ich find die Sanse sieht cool aus. Jetzt bräuchte ich nur noch so ne Kapuzenkappe und dann. Und so. Du schaust dich auf, du fühlst ein Knochen in deinem Becken. Kennst du das? Äh, das hast du mir doch mal gepostet. Das komische Schöpfen, oder? Ja. Sie wollen dich gut sein. Sie wollen dich gut sein. Sie wollen dich gut sein. Sie wollen dich nicht gut sein. Sie wollen dich gut sein. Oh, suche einen DDE für BDZ-Trashform. Ich glaube, ich meine ich mich an. DDE-Trashform? Äh, Bastion des Zwierichts. Äh, Trashform. Wo? Da droppen ziemlich viele Apex. Hm. Also bei mir sind bis jetzt bei jedem Durchlauf ca. 3 Apex gedroppt. An Trash immer. Wie schlecht. Ja. Falls ihr es mal da durch geschafft habt, ne? Bäh. Arte Aszendenten. Furchtbar. Ja. So, und wieder zurückfliegen. Wie aufregend. Hurra. Oh, Rüstmeisterin von Sturmwind. Da kann ich mir gleich den komischen Wappenrock holen. Bla bla bla. Wappenrock von Sturmwind. Jeeey. Ich trage noch gar keines. No. Aber es sieht auch scheiße aus. Würde ich gar nicht. Und ich hätte den Erfolg. Repräsentant. Stimmt aber eigentlich. Sieht echt mies aus. Ähm. Ehrfürchtig werde ich auch nicht. Also von daher. Also äh. Diese komischen Wappenrock. Damit bekommt man für jeden getöteten Gegner in Instanzen Ruf. Und Ruf ist halt cool. Weil man da alles billiger bekommt. Und man kann sich Mount kaufen. Und so weiter. Schönen Tag. Die gestorbenen Briefe. Cool. So. Und alle Welt wartet mal wieder nur auf Kazi Seimba. Der ganze Seimba scheint. Wunderbar. Ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Am Anfang ist da gestanden. Geschätzte Wartezeit. 5 Minuten. Yeah. Ja. Wieder mal sieht man. Man kann sich darauf nicht verlassen. Ja. So weit von. Ich sag nur eine Minute. Und wir warten da drinnen schon eine halbe Stunde. Ja. Ja. Ich weiß noch. Ähm. Wartezeit eine Stunde. Ähm. Geschätzte Wartezeit. 2 Minuten. Ja genau. Das war so zähmlich. Wir zocken die ganze Zeit mit unseren Twinks und dann. Der Brun ist hier neu. Das gab es vorher nicht. In diesem Grund. Da. Cool. Oh. 2 neue Quests. Äh. Da müssen wir hin. Okay. Äh. Übrigens. Auf Stufe. 24. Müssen wir PvP gehen. Warum? Weil das ja jetzt auf jeweils 5 Level aufgeteilt wird. Oder? Echt? Ja. Ich glaub schon. Wusstest du ja. Also kann uns nicht mal so ein Imba. Ein behind you. Die ganze Zeit weg natzen. Haha. Ich weiß es noch. Ja. Und der wurde dann auch noch 20. Ich glaub's nicht. Und der in der Hand der wurde auch 20. Ja. so. Und ich bin gleich da. Todes Streit daraus beschwören. Hurra. Ich fang dann schon mal an. Und so. Okay. Ich komm hier nicht raus. So. Wohin laust du denn? Hm? Nach Schattenheim. Dort wo wir unsere Quests erledigen müssen. Oh. Okay. Ich wollte zuerst in den Norden. In den kalten Norden. Und? Ja. Machen wir dort alles zusammen hier. Okay. So. Und jetzt. Ackernschlag. Ackernschlag. Boom. Warte. 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 Dreh mal die Kamera an sich zu mir. Hä? Ah ja. Die stinkt hier. Cool. Wie lange dauert das denn? Ah, okay. Jakael. Ein grünes, hässliches Ding meinst du wohl. Das ist ein grünes Auge. Damit kann ich jetzt alle ausspionieren. Und so. Gut, ich geh wieder raus. Ich würde mal sagen, wir pullen hier einfach alle. Warte, warte, warte. Ein bisschen Mana regenerieren. Äh, Quatsch, Gesundheit. Das Ding, der habe ich auch gepullt. Okay, bist du bereit? Ja, ich glaube, hier ist halt noch ein. Was machst du da? Ich sterbe ja schon fast. Rennen, rennen, rennen. Oh mein, cool. Gesundheitstein beschwören während dem Kampf. Yes. So was nenne ich mal taktisch klug. Bam. Und Blutsauger. Wie ich mich hochheile. So. Ja, ich dachte eigentlich, du willst in das Lager da rein. Oh, okay, das geht auch. Okay. Warte, 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 warte. Warte, 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 lass mich vorgehen. Lass mich vorgehen.